Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es Bottle Jam 3D. Bottle Jam 3D ist ein Spiel, wie man hier schon sieht, wo man so eine Flasche spielt und durch so paar Level springt und man darf nicht auf den Boden fallen, weil sonst zerbricht man. Und wir spielen heute ein paar Level davon. Jetzt sind wir zum Beispiel im Kinderzimmer. Ab aufs Hochbett und immer schön die Münzen einsammeln. Teddybär, weg mit dir Teddybär. Hier Legosteine. So und hier ist das wieder das Tier. Und hier sind wir, weiß nicht, ich glaube immer noch in einem Zimmer. Jetzt übers Klavier. Fast zerstört. Ich wurde, ja, jetzt bin ich zerstört. Weil ich mir eine neue Flasche holen. Und was ist das? So eine Flasche, okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ob die jetzt schön aussieht oder nicht. So. Oh, das ist eine gute Runde. Nein. Eigentlich muss man nur immer einmal springen, weil dann kommt man eh. Was ist jetzt los? Auf den Teddybär. Let's go. Und ab durchs Finish. Rein ins Finish. So, hier Teddybär, lass dich in Ruhe. Weg mit der Bahn. Immer schön die Münzen hier einsammeln. Die Bahn, die soll runter. Boom, boom. Weg mit dir Auto. Und drinnen. Schön gelandet. Nö, ich will keine Flaschen. Nein, fast aufs Hochbett. Und ich frage mich, wieso es 3D heißt, wenn es nicht mal richtig 3D ist. Ab auf die Puppe noch auf eine Puppe. Hier sind wir im Spielzeug geschlossen. Und knapp 91 Prozent aufgestoßen. Von der Puppe auf die Puppe. Wieder am Schloss. Jetzt wollen wir rund durch das ein paar Frequenz hier. Auf dem Bett. Wieder über die Regale. Und weg damit. Nein. Wenn man noch keine Flaschen haben, hat man noch nicht Moneten. Und jetzt bin ich da drüben. Oh shit. Yes. Ja. Okay. Wo sind wir hier? Ah. Bei den Simpsons. Nein. Komm. Ich bin sogar auf der Lampe gewesen. Ich glaube, ich brauche davon nur einen Jump denn. Mann. Was mache ich immer? Ein Bubble Jump. Das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Nein. Äh. 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 Heißt Lisa. Da ist Bart. Macht wieder Quatsch. Und in die Kiste von Duff. Da ist die Mutter. Da ist Bart. Ab in die Mülltonne. Ich will doch in die in der Mülltonne. Da war Bart. Jetzt kommt wie man. Mann. Wo bin ich jetzt? Der ist in der BB. Nein, nein, Mann. Bart, ich kann dich nicht mehr tanzen sehen. Ja, clean, ja. Oh, Maggie, was machst du im Backofen? Und Lisa, was hängst du da am Küchenschrank? Föne, schreien du. Oh, shit, da ist Homa. Er sieht mich, er sieht mich, ich sehe so aus wie eine Bierflasche, ich muss hier weg. Weg, wieso ist hier... Homa! Und bald kommt ein Video, wo ich den Brawl Talk vorstelle, weil bald müsste der Brawl Talk rauskommen. Da ist, ähm, Marsch, aber mit grünen Haaren, geil. Lampe umgeworfen. Da sind zwei Marches, geil. Eine mit roten Haaren und eine mit grünen Haaren, ich glaube, das wird das letzte Level, das wir heute spielen. Also, deshalb hoffe ich mal, dass wir es schaffen. Mann, das sind doch hunderte Marches. Ab aufs Skateboard. Und da haben wir es. Wir holen uns noch eine Flasche. Was ist das? Eine Energieflasche, gut. Und damit würde ich das Video beenden. Haut rein und tschüssi. 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 Tschüssi.